Willkommen zu einer weiteren Folge mit mir und dem Spiel So, das ist dann wieder Höhere Auflösung funktioniert nicht, denn dann stürzt das Spiel ab Und dann sagt die Fehlermeldung sogar, versuchen Sie bitte eine niedrigere Auflösung Dann würde ich sagen, lassen wir es einfach sein So, Move erst, Interagieren auf E und Flashlight haben wir auf F Und Shift ist Run, aber nur wenn es möglich ist Das heißt, nur wenn das Spiel sagt, du darfst heute rennen, dann darfst du heute rennen Und wenn du sage nicht, dann lieg, das ist wieder scheiße So, I was contracted by a middle-aged woman Mrs. Catherine Ildefonse Aha, da haben wir es Es geht um die Miss Catherine Ildefonse Okay, all I know is that your father, Mr. Ildefonse The owner, Comité Suicide in this house The server was found dead Okay, wir gehen also in ein Haus von einer Frau Ildefonse Und wir wissen, dass ihr Ehemann sich, äh, selbst umgebracht hat Das Haus ist transformiert in einen Block of Flase Stay in large because of the screaming and crying people leaked all the time Okay So, Öl, Kohl im Staus Da gibt es irgendwelche Geräusche, wo jemand die ganze Zeit am Schreien und am Weinen ist Ein Mann hat sich dort umgebracht Und wir gehen jetzt diese Frau besuchen, weil er anscheinend lebt, die noch So, einen wunderschönen guten Morgen Diese Tür ist auf Oh, okay Ich habe gerade, die wird zu Hallo Nein, 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 mein Handy Okay, so Erlöchen, Flashlight haben wir dabei Flashlight haben wir immer dabei In einem Horrorspiel gibt es immer eine Taschenlampe Hier ist irgendeine komische, was soll das sein? Safe? Nein, das sieht eher aus wie ein Sicherungskasten, ne? Mit einer mega geilen Textur So, Sprint, Sprint wenn possible Jetzt ist gerade nichts possible Ja, quietsche noch mehr Hallo, quietschende Tür Leuchten, leuchti, leuchti Was leuchten da so? Kann ich eigentlich hier speichern? Continue, exit to main menu? Nö, anscheinend nicht So, Klo, wir wollen einmal das Klo besuchen Komm mal her, ich sehe meine Beine Und meine Wust Ohne komische Taschenlampe Wie hält der die Taschenlampe? Mal gucken mal an seine Finger So, so Ne? Wäre das die Taschenlampe, wer? Oh, Schleifwerbung! Eines der besten Biere, die es gibt P-Uhr-Quell So, Tür geht nicht auf Die geht nicht auf Scheint noch nicht so wichtig zu sein Da ist nur irgendwie eine Klapptür Die geht runter in den Keller Ne, was ist das? Tür? Warum geht die Tür nicht auf? Warum ich nicht springe? Was ist mit meinen Füßen los? Guck dir meine Füße an Die sind ein bisschen schief Die haben so eine Schlangenlinie So Korrekte Füße Oder das sind einfach die Schuhe So What the fuck? Wo bin ich? Ne, von da bin ich gekommen Was hängt denn hier? Nix Nix Hellöppchen Was ist denn hier los? Was ist hier? Sind wir im Garten? Ist das ein Garten? Da sind irgendwelche Bretter Blut Ein Riesenbaum So riesig ist er nicht Hier liegt Ah Gott So Hier haben wir was Now notice 5. Januar We were cooling Oh mein Gott Diese Schrift Heißt das Deiner? Ja ne We were cooling Deiner Von one master When he leave The mistress saying Let's go away children I've got everything packed This is strange I'd better keep this to myself Okay Mein Gott Macht da ein Geräusch Hier das scheiß Ding da So Nix Nix Das war's hier Komisches Leuchtenmüll Eine komische Notiz Die ich nicht mitnehmen kann Kann ich hier irgendwann mitnehmen? Ah Leuchten Hier ist ein Ah komm Press E Ich hab ein Key gefunden Lo Einfach nur ein bisschen rumklicken Und dann finde ich anscheinend was Geile Sache So was kann ich mit dem Key machen? Kann ich jetzt hier aufmachen? Nein Diese Tür ist anscheinend Nicht zu gebrauchen Wird das Spiel Ist nicht so schlimm Was kann ich denn hier? Kann ich hier echt nix machen? Hier auf dem Klo? Ah da geht die Tür einfach hinter mir zu Geh mal wieder auf hier Denn hier gibt's anscheinend nichts Also komm ich mal wie der läuft So wie wir sind betrunken Das würde die ganze Zeit so laufen Ich huste Warum huste ich? Oh hier ist ein bisschen Hier qualmt das Kann das sein? Brennt hier irgendetwas? Mal wie ich laufe Echt so? So I'm a little bit drunken Wir sind wieder hier Lichtschalter Kann ich raus hier? Sag ich hab gar keinen Bock Nein kann ich nicht Ich bin jetzt hier in diesem So wir gehen jetzt Wie läuft denn die Trip hoch? Guck mal ja So Yeah Yeah Da geht's weiter hoch Da waren wir nicht hoch Was ist dat denn für ein Geräusch? Macht der da eine Klinge? Macht der den hier? Fummelt der so ein bisschen? So das geht nicht Ich hab nen Hut an Guck mal am Schatten Ich hab nen Hut Hooray Ich bin bestimmt voll der Sexy Attractive Boy Sieht bestimmt aus wie so ne Detective So links oder rechts Wir nehmen diese Tür Den die sie simpel Also der muss erstmal wieder den machen Geht die Tür nicht auf? Alles klar Die Tür geht nicht auf Aber die geht auf Bam 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 Macht dat Mann Warum blinken da dat Licht schon wieder? Im anderen Zimmer war dat auch schon so Haben die alle Lichtprobleme oder? Aber dann machen wir erstmal die hier an Dann gehen wir erstmal hier hinkucken Hallo? Wod war das? War irgendwas? War da irgendwas? War da noch nichts Kaputtes Fenster Ist dat dat wo wir herkommen? Nein nein Das ist nicht dat Das ist was anderes Licht Ein Schrank Aber ist nichts drinne Dann machen wir wieder Closet hier Closet Die anderen gehen nicht auf Shift to Sprint Geht immer noch nicht Ist nur wenn possible Was war das? Ist irgendwas rumgekippt? Motherfucker Hier ist immer ein bisschen Blut Damit das immer ein bisschen stimmungsvoller alles aussieht Zettelchen, Briefe Kann ich nix machen Aber ein Balkon Mann das ist doch kein Balkon Das ist scheiße Ist das Was ist das denn? Ein Mann Balkon Aber hier ist irgendwie nix War Gut Hallo Was war das? Was war das für ein Geräusch? Es kommt von der Drowsen Oder waren das hier diese komischen Stangen? So was ist denn das Bild hier? Wird da gerade ein Mann von einer Frau gefickt? Man weiß es nicht So wir gehen einfach mal wieder zurück Denn die Wohnung geht ja noch hier weiter Hier ist wieder Der total sichere Sicherungskasten Ohne Schutz davor oder so Brauchen wir nicht, wa? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Da war doch wieder so ein komisches Geräusch Eine Oma? War das eine Oma? Komm mal her Ich kann mit dem Fuß da rein Was ist das für eine braune Brühe? Nicht mal abgespült Das Ding ist auch kaputt Da fehlt der Deckel Hallo Kann man hier rein? Glanzeffekt hier an der Wand Da waren wieder irgendwelche Schritte Was ist denn das hier alles so gebogen? Muss das so sein? Ah, ne, ne, eine Message Hallo Ah, ich muss das gedrückt halten Sinterbrühe, sagt er I was never happy with this house in the first place Okay Well, at least it was the center Ach, center soll das heißen The center of the city The marker was near The theater was bad But the noises upstairs were very un Was? Unbe-able Achso, unbe-able Unbe-able, motherfucker Obses were very unbe-able One night I heard the screams so loud and terrifying That I had never heard before Oh, it was very scary Ja Ich Ist Hab ich jetzt geräuspert? Halt die Klappe Ich komm ja schon, Alter Ich komm ja schon Mach mal keinen Terror-Omi Das ist das gleiche Bild Nochmal die Vergewaltigung des Mannes So, links Hier ist ja gar keiner Oh, verarschen die mich, äh Ah, da geht's ja noch weiter Ah, nee, da ist nur ein Kühlschrank Hier ist wieder nicht abgespült Meine Phrase Ich muss aus dem Fenster gucken Da ist auch tote Hose Sind das die Nachbarn? Kühlschrank kann man auch nicht aufmachen Kann man nicht aufmachen Hier kann man nichts verschieben oder so Ja, wieder so ein komisches Geräusch Krrrrrrt Krrrrt Das Licht hat auch ein paar Probleme Nichts so schlimm, nichts so schlimm Ist hier irgendwas? Hier ist, äh Ich hab irgendwie herausgefunden Man muss einfach dauerhaft der Die Benutzertaste drücken Irgendwann findet man was Denn ich mein, den Schlüssel Den konnte man vorhin auch nicht sehen Und der war im Kamin Einfach versteckt unterm Holz Weil die Verarschung So, hier ist nix Kann ich das Bild irgendwie verschieben? Ne, hier ist nix Ach, diese quietschende Tür Hier ist wieder diese Notiz nur Der Mann ist wieder im Husten Immer wenn er in diesem Raum ist Wieso auch immer Ich sehe sogar meinen eigenen Hut Wenn ich da oben gucke Boah Was für ein Spiel, ey Was für ein Spiel Obstache diese Türen sind einfach extremst laut Und hier schallt das Als wäre ich in der Kirche Dabei bin ich ja nur im Badezimmer Junge Junge Übertreiben sie nicht Schon mit dem Sounds Ne, sonst ist hier echt nichts, ne Das kann doch nicht sein Die Tür geht auch nicht auf Dann macht er wieder den Flutter Flutter Hier ist ein Schalter Hier ist ein Licht Ah, wieder ein komisches Geräusch Interessiert mich aber nicht Ich gehe da jetzt nicht nochmal in die Küche Da war da eh nix Ich gehe aber jetzt nochmal hier checken Kann nicht sein Kann ich irgendwie runterspringen oder so? Nein, springen kann ich natürlich nicht Aber in Schritte Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ich habe eine Taschenlampe dabei Aber wenn ich die lieber brate über den Kopf, Junge Alter Ich kann dir nichts versprechen Und ich habe einen Hut Und falls du mal James Bond gesehen hast Weißt du, wozu so ein Hut fähig ist? So Hier ist echt nichts Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal wieder raus hier Tschüss, ne, auf Wiedersehen Dann hast du nämlich noch eine andere Tür gewesen Vielleicht geht ihr jetzt Geht ihr jetzt auf Hoch geht's nicht Geht nicht auf Nee, geht nicht auf Ach, jetzt gehe ich da wieder rein Ach, wollte ich da gar nicht Wollte ich doch gar nicht Aber wenn ich schon mal hier bin Ich mache nochmal einen Check Komm Komm What the fuck, Alter Das Licht ist aus Achso, hier war nie Licht Ha, das war meine Taschenlampe Oh Du 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 Aber die Suche ist auch so extrem auffällig Das What the fuck Was ist das denn für ein Schatten hier Ach, das ist die Lampe Nee, ich kann aber auch nichts machen hier Ich kann nichts machen Dauernd diese Streitereien im Nebenzimmer Ich kann aber auch nicht rüber, weil die Tür zu ist Ich kann ja mal klopfen, aber Nicht mal klopfen kann dieser Herr hier Und ich kann hier in diesem Kühlschrank Nichts machen Nichts Ich kann nichts machen Aber dauernd kommt irgendwie so ein Geräusch Als würde jemand irgendwas verschieben Guck mal, da unten liegt Papier Kann ich irgendwas machen Kann ich hinterm Schrank was gucken Nein, gar nicht, nee Tja, hallo Tja, na Gehen wir doch nochmal was Wir gehen mal nochmal ins andere Zimmer Mal gucken, was da so los ist So, Flatter, Flatter Die geht nicht auf Wir gehen also wieder runter Aber wir gehen so runter So Was haben wir denn hier Was ist das da Die Tür ging nicht auf hier, wa Ne, die macht dann wieder den Flattermann Kann ich hier auch ein Zerschnabbern machen Was ist das denn hier, ach Post Briefcase So ein Schalter kann ich auch nichts drinnen RC Ich weiß nicht, was ich machen soll Gehen wir nochmal da rein Gehen wir nochmal da rein Bam 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 Macht der Bam Bam Wenn dann knallt mal richtig ne Tür zu Wie ein Mann So geschmick gewollt So geschmick gewollt Hier kann ich auch nichts machen Ich bin anscheinend kein Elektriker Ha 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 Ne Ach guck dir, diese Schärfern Diese super Bluttextu Wunderbar So hier oben läuft irgendwie so ein Was ist das, ein Kabel Am vier entlang So und ans Ende Da war das Da war das scheiß aus Hier kann ich auch nichts machen, Alter Ich kann mich spülen oder so Da geht auch nichts auf Und diese Tür geht auch nicht auf Die geht nicht auf Da ist wieder ein Kühlschrank Ich meine, wer ist denn so bitte Blöd, sonst stellt da einen Kühlschrank rein Ich meine, guckt ihr an, wie klein diese Türrahmen ist What the fuck Also hier war ein Schlüssel Ich bin die ganze Zeit permanent am drücken So, ob ich irgendwo noch was finde Klick, 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 klick Aber What the fuck, was war das denn? Was war das denn für ein Geräusch? Was war das? Hab ich gehustet oder was? Wir gehen nochmal raus in den wunderschönen Garten Irgendwas am Stuhl Irgendwas hier in der Ecke Klettern Der Mond Der Mond scheint Irgendwas am Baum Hängt irgendwas am Baum? Nein Kann ich hier um diesen Baum herumlaufen? Ja Ist irgendwas hinter dem Baum? Nein Hier ist auch nichts Hier ist nichts Ich kann mich auch nicht ducken oder so, wa? Ne Doch, ich kann mich Ich kann mich ducken Boah, krasser als shit Hey Ha! Ha ha Ich kann mich ducken Und dann passiert direkt sowas Fall ich einfach durchs Loch Ich glaub's nicht Hello Ich bin, äh Und ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob ich hier lang gehen soll Oder ob ich da vorne Ich geh einfach mal hier lang Weil das sieht so böse aus So mit dem Licht und Strom und Wasser Ist nicht so eine gute Kombination Finde ich Jetzt hab ich mal gehört Soll nicht so toll sein Na, liegt nix Ja, wo soll ich denn lang, Alter? Hier geht's ja auch noch lang Boah, du Scheiße Ja, klar Aber muss ich denn lang? Ja, sicher Ist halt voll das Labyrinth hier unten Aber Hauptsache, so wäre laufen Ich kann sprinten! Ha 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 Wie sprintet der? So Was ist denn? Huh What the fuck? Da liegt jemand Hello Hallo, Mister Oh Ich komme Ich komme, helfe Ich komme, helfe Aber so Aber erst konnte ich irgendwas anklicken Ich konnte irgendwas anklicken Wo ist der Tote? Hier in den Tweets What the hell is behind me? Where is Robert? I need to write this to keep Same Same? Oder safe Das ist eine Schrift, die ist unglaublich Hauptsache, jeder Mensch in diesem Spiel hat einfach die gleiche Schrift To write to keep their scream is terrifying I want to go to the surface But I don't want to go back I'm sort of lost I'm here trapped in this dead And we're to scream when Robert I have blah 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 And something started to follow us What the hell Was ist los? Was ist denn jetzt kaputt? What the fuck? What the fuck? Bin ich jetzt gestorben oder was? Das ist eine Sache Wieso? Aber ich habe einen Checkpoint gehabt Ich fange also wieder hier an Ich folge diesem Weiden Was ist denn jetzt kaputt? Ich lege schon wieder am Boden Ich bin schon wieder gestorben Hörfen Crap Darf ich der Frau mich nicht nähern oder was? Hat die eine Eine giftige Aura Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier Ganz merkwürdig das Spiel Merkwürdig Nö da gehe ich jetzt nicht hin Da sterbe ich ja wieder unnötig Ne du Ist mir egal ob da jemand gestorben ist oder so Wir Suchen jetzt einen anderen Weg Kasten geht nicht auf Scheiß auf den Kasten Irgendwas hinter mir? Nö Puls beruhigt sich auch wieder Aber ob es dann ein bisschen wieder so Sprinten? Denn so ist man am schnellsten unterwegs Wenn man hüpft wie ein Pferd Auf und ab So jetzt kann ich wenig sprinten Denn sprinten ist nur wenn possible Und hier ist anscheinend nicht possible Warum auch immer So ich gehe einfach mal links hin lang Hello everybody Ja Wo bin ich denn hier gelandet? Ist da alle? Hör Nö Ich sehe aus wie Wie ein Cowboy im Schatten Ah hier ist wieder sprinten possible Ich verstehe Ich verstehe nicht Wonach das Spiel sich richtet Wann ich sprinten darf und wann nicht Das ist einfach die geilste Sprintanimation Die ich jemals gesehen habe Geil Das Motion Capturing War auf jeden Fall dabei Haben die gesagt zu dem Typ So jetzt Junge Auf drei sprintest du los Und das benutzen wir dann Und dann ging er los Und dann hat er so Und dann alle so Wow das sah so realistisch aus Das übernehmen wir fürs Spiel Ganz klar das nehmen wir Das nehmen wir Das sah so gut aus Und dann alles klar Gut nehmen wir Hast du schön gemacht Wunderbar So Blut liegt hier Wir folgen einfach mal Dieser sympathischen Blutspur Da liegt schon wieder irgendein Äh Werkzeugkasten Die Dinger gehen nicht auf Komm sprinten Ach hier geht wieder kein Sprinten Hier darf ich wieder nicht sprinten Spiel sagt wieder Nein Hier ist nichts possible Sprinten Hier ist schon wieder eine Leiche Ach nö Jetzt fängt der Ding wieder an zu schreien Hier links ist zu What the fuck What the fuck Ich komm hier nicht mehr raus Was ist hier Wir gehen einfach mal hier entlang Denn wenn wir checken diesen Gang Da ist nichts Ich kann hier wieder nicht sprinten Denn sprinten ist nix possible hier Aber ich hab glaube ich hier irgendwas gefunden Irgendwie ein Schlüssel Da ist nix Da ist nix Komm hier runter Oh da ist die Da ist die Olle Sprint motherfucker Sprint motherfucker Und jetzt kann ich nicht jumpen Weil das ein Huan Bock ist Aber ich kann durchs Wasser laufen Weil dieser Mann so unglaublich clever ist Ach komm verpiss dich Verpiss dich Du bist nicht zu langsam Du hast nicht so ne geile Sprint motion capturing animation wie ich Guck dir das an Guck dir das an Wie ein Gott Wie ein Marathonläufer Renne ich hier durch die Katakomben Junge Mit null Plan Alter ich hör die immer noch Wie schnell ist die Ist das so Gummiband cheaten Wie beim Mario Kart damit Sobald man einen riesen Vorsprung hat Werden die Gegner automatisch auch schneller Damit das Spiel Fair bleibt Boah ich weiß Überhaupt nicht Wo ich lang muss Das ist mal der größte Kacker Überhaupt Ich hab auch nicht so ne Map oder so Ne Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Sprint Motherfucker Sprint 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 Motherfucker Ich weiß nicht wo Von hier kam ich wieder Warte Genau Da hab ich die hier abgehängt Ich hab irgendwie einen Schlüssel dabei Oder so nen Scheiß Oh Ich seh grad Der Saft Meiner Kamera Verabschiedet sich Das heißt Ich muss mal kurz nen Break machen hier Und Strom einstöpseln So Da sind wir wieder Saft ist da Saft läuft hier auch Pfff Aber wo muss ich lang Alter Was ist das hier? Hallöchen Sprint Sprint Animation 1000 Hier geht es nicht lang Hier geht es nicht lang Aber hier geht es hoch Einfach mal irgendwie rumlaufen Irgendwann findet man schon den Ach hier bin ich Noch nen Schlüssel Torf No Hier steht die da War Hörst du auf zu weinen Mädchen Hör auf zu weinen Ich muss jetzt Ähm Plan ausdenken Um dich auszutricksen Okay Versuchen wir den ultimativen Toilettentrick Ah Lolo 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 Da kam sie auf mich Angesprintet Das war fies Das war fies Hat mir nicht gefallen Hat mir überhaupt nicht gefallen Und jetzt verpiss dich Lass mich in Ruhe War angenehm Warte Fak Alter Warum ist die Tür so klein? War das schon immer so? Mann Ich schwitze Und nicht wegen dem Spiel Sondern weil es einfach Extrem heiß ist Oh ja Dabei soll es heute kühler werden So Ich hab nen Schlüssel Krieg ich dafür die Dafür kriege Schneese Tür Au De 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 La 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 Lolo Lolo So Hallo Neue Wohnung Neue Wohnung Neues Glück Oder ist Geht nicht Auf Dann macht er wieder Den Flattermann Aber Wir nehmen einfach mal Die Hintertür Was? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo ist das denn? Ich hab's im Kreis gelaufen Aber hier gibt's nichts Ich bin wieder Dauer Dauerbutton Smashing Um zu benutzen Irgendwas find ich schon Irgendwas Irgendwas Gebet Bin ich jetzt von hier gekommen? What the fuck Ich bin voll verwirrt Was ist denn das für ne Wohnung? Und noch nen Schlüssel Man Das Spiel sollte heißen Die Suche nach den Schlüsseln Ne Jetzt geht auf einmal Musik an Hier gibt's hier so einen Mini-Balkon Musik 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 heißt in Horrorspielen Immer nichts Gutes Warte Leck mich What the fuck Hat er da läuft Die Uhr Von der Decke entlang Was jetzt? Bin ich wieder tot? Also bitte Ich war ja wohl Weit Von hier noch Entfernt Ich hatte ja Das sah ekel nicht aus Aber sah cool aus Sah cool aus Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? In der neuen Wohnung? Ist das die neue Wohnung? Ja Hab ich jetzt schon den Schlüssel Oder muss ich den jetzt nochmal sammeln? Ich schränke den auf Schlüssel hab ich Also man kann irgendwie Nicht wirklich sterben In diesem Spiel Man fällt da zwar irgendwie In eine Art Trance Koma Man wird einfach bewusstlos Trance Koma Man wird einfach bewusstlos Und dann Steht man irgendwann einfach wieder Dann steht da You faint Und dann steht man einfach wieder auf Und Da ist die Musikbox Und Man ist wieder da Wo man aufgehört hat Man hat auch die Items alle Also Nice 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 Hier ist eine neue Notiz Hello Notice Ich möchte es gerne lesen Ich möchte es gerne lesen So Something really strange Must have happened here Because I found these words On the wall Before I painted it Okay Müssen wir gleich mal gucken Die wall I don't know where Mary is Mary Is that der kleine Mädchen? She has gone upstairs To take some tea To Mrs. Ildefons We have to go away fast But she is still there Even if Was it Afrair? We heard the shot I wonder what might happen Okay So welche Wörter On the wall Da da Das ist doch kein Wort Da da Das ist doch kein Wort Das ist Das ist ganz klar Europa So Klo geht nicht auf Hier kann ich wieder nicht sprinten Weil sprinten ist nicht happened Juhu Auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel Und ich weiß Wir haben eine Vermutung Wofür der Schlüssel ist Der Brief sagt ja auch schon Dass Mary upstairs oben war Um irgendwie Tee der Frau Alfonse Vorbeizubringen So und wir gehen da jetzt auch hoch Denn da oben war nämlich eine Tür Die ging nicht auf Und zwar die hier Die jetzt auf geht Letzte Tür Was heißt das? Last Chapter Dann hab ich's geschafft What the fuck Ich kann mich nicht bewegen Hier das Oh meine Ja wir haben echt eine super Sicherung Mit den Stromkästen Und da sind die so mega fette Einmal mit dem Finger rein Brrr Hey Puff Puff Party Puff Party What the fuck Is das What the fuck Was das denn Alter Mach mal Licht aus Mach mal Licht aus Mach doch mal erst Licht aus Komm wir gehen wieder raus Ich hab gar keinen Bock Da mit der Irre von sie zu reden Und so Warten die war vor der Tür Vielleicht kommt sie ja von alleine raus Spielen wir sie mit der Taschenlampe rum Was ist eigentlich für die Taschenlampe? Was ist das ja? So Komm Jetzt gehen wir nochmal rein Wir können ja eh nicht sterben Das heißt wir begegnen dieser komischen Figur Ich kipp einmal wieder bewusstlos um Und fang wieder da an wo ich aufgehört hab Mein ultimativer Plan So mach ich das jetzt Da kommt so ein Vieh Das heißt wir sind weg Jetzt ist er tatsächlich weg Das war ein kleiner Mann im Anzug Hallöchen Es ist niemand da Hier ist wieder Sprinte nix possible Oh ja Macht noch lauter Der mit uns Das komische Kreatur hört 1. Oktober So I can't be listening to all these whisperings I can't be listening to the same Maskulin voice whispering Ever and ever again Why did she leave me? Why did she take everything away from me? Why? Okay Jetzt haben wir mal da irgendwelche Stimmen gehört Und irgendjemand hat ihn verlassen Wahrscheinlich weil sie gestorben ist Oder einfach abgehauen ist Weil der Typ ein Stinker ist Wo ist dieser Typ? So wir haben immer wieder Klo Immer Klo Hier ist Blut Hier war wieder nicht abgespült Hier war jemand aggressiv Hat das Waschbecken mal abgerissen Hier wurde vergessen Überhaupt eine Klospülung dran zu bauen Pfff Warum mal nicht ey Man nimmt einmal Wasser Und dann spült man die Kacke so runter Ah nix Aber der Typ ist weg Einmal rausgegangen Bin da rein Und ich bin safe Ich bin safe von wegen Alter jetzt Nein ist nix Check die Dates Welche Dates Die Daten Welche Das Datum von den ganzen Briefen Oder was Leck mich Number up Oh shit Ich hätte vielleicht doch die Dates checken sollen Mist 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 So So wie geht das hier Fünf Achso So Zwei Sieben Eins Wunderbar Hat geklappt Ich hab extra von der ganzen Die ganze Scheiße jetzt durchgelaufen Hab mir die ganzen Dates jetzt nochmal geholt Äh Press to climb Wo climb Achso Hoch Ich dachte ins Klo rein Klettern In die Toilette Wo sind wir denn jetzt Dachboden Man geht also Vom Badezimmer aus Hoch Zum Dachboden Pff Hab ich auch noch nie gesehen Aber okay What the fuck Was ist das denn schon wieder Ey mein Taschnuppe Ey mein Taschnuppe Ey mein Taschnuppe Voll wichtig Die sind einfach kaputt Wunderbar Gut Keine Taschnuppe brauchen wir nicht Wir haben da vorne wieder ein Blinklicht Hallo SOS Wir kommen Wir kommen Wir kommen Wer hat nie oben gepennt Der kleine Mädchen Oh ich hab ne Knarre Ich Ich hab ne Knarre Ich hab ne Knarre Wie kann ich ihn erschießen Motherfucker Ich hab ne Knarre Warum kann ich den nicht Ich hab ne Knarre In der Hand Junge Zieh diese Pistole Doch Junge Alter Zieh die Pistole Zieh diese Pistole Ich hab mal gesagt Du sollst die Pistole Ziehen Denn wenn dieser Alte So Da sind wir wieder Wieder auf dem Dachboden Das gleiche Spielchen Nochmal Das Spiel ist komplett abgestürzt Und ich musste das ganze Spiel Jetzt nochmal Nochmal Von vorne spielen Total bescheuert Einfach abgekackt Aber jetzt sind wir wieder hier oben Jetzt sind wir wieder hier oben Das ist doch ne Knarre Zack So ich hab's ja jetzt ja Ich hab diese Knarre Aber ich kann Egal was ich drücke Er zieht diese Waffe nicht Jetzt kommt dieser Mann auf mich zu Oder was soll ich machen Nur rum Ich geh jetzt auf den zu Was soll ich tun Er ist doch bescheuert Obst ja dieser Typ Hat einfach ne Knarre aufgenommen Und ich kann die nicht benutzen Aber Ich kann ja nicht sterben Vielleicht beim zweiten Versuch Vielleicht nutzt er die ja Beim zweiten Versuch So Jetzt stürzt nicht wieder ab Aber ich seh grad Ich komm hier nirgendswo raus Dieser Raum ist einfach geschlossen Warum hast du so ein komisches schwarzes Gesicht Äh Was liegt da? Nichts Was los? Geht er wieder auf die Knie? Ja sicher Wir pressen E to choose What the fuck? Hat mich ja selber umgebracht Oh Statt die Knarre auf diesem Geisttypen zu ballern Nein Halte ich mir die an Ich schläfe Und baller mir die Kugel selber rein Aber ein komisches Ende Naja Kann man nichts machen ne Wenn er das Spiel ist so will Guck mal da oben Da steht er Der Süße Was ist das überhaupt? Also ich hätte lieber den Typen abgeschossen Als mir die Dinge selber Nigger Wenigstens versuchen Ob der davon stirbt Aber naja Dann ist das halt so Ich mein da stand Press E to choose Vielleicht konnte ich auch irgendwas chusen Weiß ich nicht Ist mir aber egal Ähm Ja War ein ganz cooles Spiel Coole Atmosphäre Story ist auf jeden Fall auch cool gewesen Kleine Rätsel waren da jetzt nicht wirklich Ein bisschen knibbel da Mit dem Mit dem Schloss Aber sonst War das einfach nur ein Schlüsselgesuche Aber sonst Auf jeden Fall Coole Atmosphäre Auch cool Äh Wie das Wie diese komische Mary da aussah Wie der oben an der Decke lang gekrabbelt ist Und wie er auf einen Zug kam Sah schon creepy aus Aber weil das nicht solche Diese Hau-Bumm-Schock-Effekte Die mich jetzt wirklich vom Sessel gehauen haben Aber egal War trotzdem cool War trotzdem cool Heißt ja nur Lange ist das Spiel schlecht ist Ja So Ich wünsche euch allen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm-Bumm Vielen Dank.